So Freunde, ob ihr es mir glaubt oder nicht, es ist schon wieder Wochenende. Die Herbstferien stehen vor der Tür. Ich hoffe, dass der eine oder andere von euch sich ein bisschen Zeit nehmen kann, freimacht, vielleicht sogar irgendwo wegfahren kann. Es ist ja alles ein bisschen schwierig geworden. Und dann gehen wir mit Riesenschritten auf Weihnachten zu. Und wir müssen schon in den ganzen Vorbereitungen uns jetzt auf ein ganz anderes Weihnachtsfest einstellen. Aber damit möchte ich euch jetzt noch nicht belästigen. Wir sind im Markus-Evangelium. Und mal so einen kleinen Tipp. Ich sagte ja, das Markus-Evangelium ist das kürzeste mit den 16 Kapiteln. Und deshalb sind auch manche Begebenheiten sehr kurz. Zum Beispiel die Taufe, wie auch dann die Versuchung Jesu in der Wüste durch den Teufel. Und das ist für Markus sehr, sehr kurz. Bedeutet nicht, dass ihm das unwichtig war. Aber er hat das alles sehr zusammengefasst und komprimiert drüber geschrieben. Und du kannst es nachlesen in Matthäus und auch in Lukas. Wenn du sagst, da möchte ich mal ein bisschen drumherum lesen. Das sind so die beiden Paralleltexte, wo ein bisschen mehr innerhalb drin ist. Und ich habe das auch gemacht. Ich habe bei Lukas noch mal nachgelesen. Ich gehe noch mal zurück zu der Taufe von Jesus und zu Johannes. Er wurde ja gefragt, bist du denn eigentlich jetzt der Messias? Und er hat gesagt, nein, bin ich nicht. Und dann hat er eine Beschreibung von Jesus abgegeben. Die möchte ich euch mal lesen. Die steht im Lukas-Evangelium. Ich setze mal eine Brille auf. In meinem Alter braucht man auch noch oder braucht man wieder eine Brille. In Lukas 3 steht, er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Und er wird mit seiner Schaufel die Spreu vom Weizen trennen, den Dreschplatz aufräumen und den Weizen in die Scheune bringen. Die Spreu aber wird er mit ewigen Feuer verbrennen. Da drückt Lukas etwas aus, was Johannes so auf dem Herzen lag. Er war ja sowieso beim Predigen so ein bisschen so ein Hardliner. Und er predigt einen recht harten Jesus, der kommen wird. Er spricht vom Heiligen Geist. Es geht ja noch und dann vom Feuer. Und dann wird er so diese Arbeiten eines Landwirts machen, eben der Getreide bearbeitet. Das wurde früher mit so riesigen Schippen oder Heugabeln hochgeschmissen. Und dann wurde die Spreu, die so um den Weizen, um das Getreide herum ist, die geht weg. Die interessiert keinen mehr. Die wurde auch dann verbrannt später. Und der Weizen, der sollte rausholen. Und diese Arbeit beschreibt er hier. Und das ist die Arbeit, dass es Jesus um wirklich wichtige Dinge geht. Und die Spreu wird auch mit dem ewigen Feuer verbrannt werden. Und dann steht er mittendrin und er wird auch den Dreschplatz aufräumen. Und das war auch eine harte Arbeit. Für mich ist der Dreschplatz später der Tempel. Jesus, als er seinen Dienst beginnt, da werden wir noch drauf kommen, kurz nach dem Dienstbeginn räumt er ja ordentlich mal den Tempel auf. Weil er sieht, was alles aus diesem Tempel geworden ist. Und er sagt, hey, eigentlich ist das das Gebetshaus. Das ist das, was Gott eingerichtet hat. Hier sollen Menschen Gott begegnen. Und am Anfang seines Dienstes und am Ende räumt er den Tempel auf und schmeißt die Händler raus und die Tiere und all das drumherum, was sich da angesammelt hat. Und er macht einfach Bahn. Und man könnte denken, wow, das ist aber ein harter Arbeiter und dem geht es nur um Ernte und all das. Aber dann höre ich die Prognosen aus dem Alten Testament, wo es heißt, er wird den glimmenden Docht nicht auslöschen. Er wird den geknickten Halm nicht zerbrechen. Das ist wieder dieses Feinfühlige von Jesus. Und beides vereint er. Er geht radikal gegen Frömmigkeit, gegen Religiosität vor. Er geht radikal gegen falsche Gottesbilder vor. Er geht radikal gegen falsche Gottesdienste vor im Tempel. Aber er bleibt immer sehr sensibel, wenn er den Einzelnen trifft. den, der fast nur noch am Glimmen ist, wo keine Flamme mehr ist und wo man denkt, wow, ein kleiner Lufthauch, ein kleines Pusten. Und er ist aus. Aber das macht Jesus nicht. Er versucht es wieder anzufachen. Und er nimmt den geknickten Halm, der überhaupt keine Stabilität mehr hat. Und er zerbricht ihn nicht, er tritt nicht drauf, sondern er versucht ihn wieder aufzurichten. Und beides wirst du immer wieder, wenn du Jesus begegnest, beidem wirst du begegnen. Es ist ein und derselbe. Er ist der, der sehr seelsorgerlich und sehr hilfsbereit und sehr ermutigend mit dem Einzelnen umgeht. Und radikal ist, wenn es darum geht, dass Leute einen falschen Kurs eingehen, wenn Gesetzlichkeit da ist, wenn ein falsches Gottesbild da ist. Da geht der Sohn radikal vor. Und du darfst dich darauf freuen, dass wir weiterhin im Markus Ephemilium beide Seiten Jesus sehen. Und sie gehören zu ihm. Es geht nicht darum, dass er mal einen guten Tag und einen schlechten Tag hatte, sondern dass er einfach, ja, einen unglaublichen, weiten Charakter hatte. Und immer wusste, was er zu sagen hat, wie er mit Menschen umzugehen hat, wie hart er vorzugehen hat oder wie weich er vorzugehen hat. Ich finde Jesus nach wie vor genial. Ich habe es schon zweimal, glaube ich, gesagt. Und ich werde es wahrscheinlich noch öfter sagen. Und mein Wunsch ist es, ihn dir immer näher zu bringen, dass sich dein Bild von Jesus immer mehr erweitert und du diese Geschichten nachliest, ob jetzt bei Markus oder bei Matthäus oder bei Lukas. Und wenn du ganz viel Zeit hast, liest Johannes Evangelium. Da erfährst du nochmal viel, viel mehr von Jesus. Soweit für heute. Es geht weiter. Trotz Herbstferien werden wir Pastor at Home weitermachen. Ich kann da nicht schon wieder weg. Und wenn du weggehst, wenn du Urlaub machst, ich wünsche dir eine gesegnete, gute Zeit. Wenn du zu Hause bleibst und einen ganz normalen Arbeitstag haben wirst, wünsche ich dir jetzt erstmal ein tolles Wochenende und eine gesegnete Woche. Wir sehen uns wieder am Montag. Wir sehen uns wieder am Montag.